In Macklingen, dem Herzen des Schweizer Sports, schloss der SHC Bettlach das Sommerprogramm 2007 ab. Coach Bertolla liess in Macklingen die Spiele der ersten Mannschaft, der zweiten Mannschaft und auch der Junioren A in einem Test antreten, welcher Aufschluss über die Form der jeweiligen Spieler geben sollte. Nach 20 Sommertrainings, welche oft mit viel Schweiss, aber auch dem nötigen Spass verbunden waren, war dieser Event gleichzeitig auch die letzte Möglichkeit, sich dem Coach für die erste Mannschaft zu empfehlen. Nicht nur beim 100 Meter Lauf wurde Verbissen um Hundertstel gekämpft, sondern auch in den anderen Disziplinen waren die Spieler mit Einsatz dabei, wie die folgenden Impressionen aus Macklingen beweisen werden. Wunderbar! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020